Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich einfach mal meine Weihnachtsgeschenke zeigen, also Sachen, die ich mir gewünscht habe und Sachen, die einfach unverhofft zu mir gekommen sind. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video dient eigentlich so als kleine Inspiration für euch, falls ihr, keine Ahnung, einfach eine Idee für ein Geschenk oder für einen Wunsch braucht. Dass man halt irgendwie einfach schaut, Mensch, was schenken andere, was kriegen andere. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir über das komplette Jahr immer eine Wunschliste in meinem Handy mache. Da habe ich eine Notizen-App und da kommen dann immer so Sachen rein, die ich irgendwo sehe in anderen Videos oder irgendwo beim Stöbern, im Internetshoppen und so weiter finde. Und genau, da ergibt sich dann so eine kleine Wunschliste. Und wenn dann Weihnachten oder der Geburtstag vor der Tür steht und ich dann gefragt werde, Mensch, Claudia, was wünschst du dir eigentlich? Dann kommuniziere ich das einfach immer. Ja, denn wie Jasmin letztens tatsächlich auch festgestellt hat, was schenkt man Menschen, die schon alles haben? Beziehungsweise was schenkt man Menschen, die sich das, was sie sich eigentlich so wünschen, eigentlich kaufen direkt? Also mein Freund und ich haben uns zum Beispiel, das wäre das erste Weihnachtsgeschenk, was wir uns gemacht haben. Wir haben uns ein Fernseher geschenkt. Also das war so eigentlich ganz funny, denn ich hatte das in dem Video, wo ich meine Black Friday Wishlist euch so kommuniziert habe, ja auch euch mitgeteilt und mein Freund hört mir nie zu. Wenn ich Videos schneide, wenn ich Videos drehe, der guckt auch meine Videos nicht, weil das einfach fernab von seinem Content ist, was er so normalerweise schaut. Der guckt so Let's Plays und so oder Handwerkerkanäle oder Autobaukanäle. Das findet man hier jetzt halt nicht, ne? Ja, und da hatte ich das halt so mit erwähnt und dann hat er das tatsächlich gehört und es hat nicht lange gedauert. Da kam er dann mit seinem Tablet um die Ecke, hatte dann schon direkt ein paar rausgesucht und dann war genau passend in dem Moment bei Lidl einer von Hisense im Angebot und den haben wir uns dann für, ich glaube, 399 Euro gekauft. Also um die Hälfte reduziert war der tatsächlich. Und somit haben wir uns einen Fernseher gegenseitig geschenkt, was ich total cool fand. Und ja, ich mag den auch sehr gerne, ein schöner Fernseher. Ja, also sowas ist halt unverhofft, kommt oft. Andere Sachen sind so diese herzlichen Sachen, um das mal so zu sagen. Für mich persönlich war das größte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Also meine Großeltern haben kurz vor Heiligabend, kurz vor Weihnachten, ja, sind von der Pandemie erwischt worden, obwohl sie zweimal geimpft und auch geboostert sind. Und ja, haben beide auch ihre Vorerkrankungen. Und dann kam mein Opa auch kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend ins Krankenhaus. Und wir wussten nicht genau, warum. Ist das wegen einer seiner Vorerkrankungen? Ist das wegen Corona? Warum auch immer, ne? Und, oh Mensch, es war auf jeden Fall eine ziemlich schwere Zeit. Also auch in der Familie, sage ich jetzt mal. Aber es passierte das Weihnachtswunder. Zu Weihnachten ist er aus dem Krankenhaus rausgekommen. Es geht ihm auch wirklich gut jetzt mittlerweile. Und es war halt nur in Anführungsstrichen eine Lungenentzündung, was bei ihm super, super schwierig ist, weil er COPD hat und da einfach, ne, vorerkrankungstechnisch sehr risikomäßig unterwegs ist. Aber das war für mich persönlich das größte und schönste Weihnachtsgeschenk. Natürlich konnte ich meine Großeltern Weihnachten nicht sehen, weil, ja, einfach die Bestimmung es nicht erlaubt haben, sich zu sehen. Und, ja, aber dann kam am Tag nach Weihnachten, also ich glaube, ja, Montag am 27. kam dann meine Tante vorbei. Also, beziehungsweise sie hatte mich vorher angerufen und sagte, Claudia, komm mal gleich eben nach draußen auf den Hof. Und dann ist sie quasi, nachdem sie mit Oma und Opa testen nochmal war, tatsächlich bei uns auf den Hof gefahren. Wir warten immer noch aufs Testergebnis, denn heute ist Dienstag. Genau, und dann saßen die halt im Auto. Also ich habe sie nicht umarmen können oder so, aber ich konnte Hallo sagen. Die haben dann auf der anderen Seite das Auto, das Auto die Fenster aufgemacht, dass man halt sie hören konnte und sie uns hören konnten. Und das war halt super schön. Also da muss ich wirklich sagen, ne, das war für mich das Schönste an Weihnachten. Und einerseits das Traurigste, was dann ja vor Weihnachten ist und dann so ein bisschen die Weihnachtsstimmung auch so ein bisschen getrübt hatte. Aber gleichzeitig dann auch das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe. So, Mensch, oh, ja, ihr kennt das, ne? Es ist alle manchmal etwas emotional hier. So, dann kommen wir jetzt mal zu den materiellen Sachen hier, um mal wieder so ein bisschen Leben ins Gesicht zu bekommen. Das hier war eine Geschichte, die hatten wir uns nicht gewünscht. Also wir waren am zweiten Weihnachtsfeiertag, nee, am ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Schwiegermama in Spieh. Und da hat jedes Kind, sag ich mal, ein kleines Geschenkchen auf dem Tisch liegen gehabt, wo der Name auch draufsteht. Und sie hat gesagt, Mensch, ich möchte euch keine Gutscheine schenken, ich möchte euch kein Bargeld schenken. Hier sind ganz, ganz kleine Goldbarren halt drin. Das ist eine Investition. So was packt man sich zu Hause in Safe oder tut das gut weg. Das ist vielleicht auch eine ganz schöne Geschenkidee, was man machen kann, wenn man nicht den klassischen, keine Ahnung, 20-Euro-Schein irgendwo reinpacken möchte, eine Tafel Schokolade oder sowas. Da gibt es halt Möglichkeiten, sowas zu verschenken. Und da habe ich mich mega drüber gefreut, denn das war etwas, da haben wir nicht mit gerechnet. Normalerweise wichteln wir nämlich in der Runde, auch zusammen mit meiner Schwägerin und meinem Schwib-Schwager in Spieh. Und ja, das hatte ich dann an meinem Tisch. Und das war ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk, wo ich mich echt drüber gefreut habe. Und dann hat Sammy etwas bekommen, und zwar Noshis Premium Fun Snack, lecker, fleischig und soft von Vita Kraft. Der durfte leider nicht mitkommen, weil auch da ist es ein bisschen schwierig gewesen. Wir wussten halt nicht ganz genau, inwiefern auch der Neffe halt aufgedreht ist oder eben nicht. Und ob die Großeltern mit dabei sind und so. Und dann wollte man halt keine Wuselei haben. Und deswegen ist Sammy da halt zu Hause geblieben. Das war aber nicht schlimm. Dann hatte er einfach mal einen Tag Pause. Er war ja sonst sehr, sehr viel unterwegs. Und die riechen wirklich gut. Möchtest du mal einen probieren, Sammy? Ja, natürlich. Haps. So. Und dann habe ich noch was bekommen, das fand ich auch total cool. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Crelando. Das sind Motivstempel. Fand ich ziemlich witzig, wenn ich das ehrlich sagen darf. Weil hier sind auch so Fleißbienchen und sowas mit dabei. Sowas ist ganz witzig, wenn man sowas halt im Büro hat. Und dann einfach, wenn man so kleine Notizen an die Kollegen schreibt, draufstempelt. Für mich persönlich ist das aber klasse. Weil ich schreibe ja, wenn ich Verlosung mache, auch immer eine kleine Karte für euch. Und das ist dann super easy peasy, wenn ich da einfach Stempel habe, um sie dann so in die Ecken mit reinzumachen oder so. Ich hatte auch eine Zeit lang mal so Sticker. Aber sowas ist deutlich nachhaltiger. Also ich finde das cool. Da werde ich auch lange Freude dran haben. Und ja, die ein oder andere, der ein oder andere von euch wird das dann auch finden auf seinem Kärtchen, wenn hier mal wieder die Verlosungspakete auf die Reise gehen. Genau. An dem Tag haben wir dann tatsächlich auch unser Wichtelgedönsen ausgepackt. Das hat mein Schwager in Spee ganz easy peasy und witzig gemacht mit einer App. Es gibt so eine Wichtel-App. Da kann man quasi dann so Notizen hinterlegen, wo man dann seine Wünsche aufführt. Und wir haben halt in der Runde mit sechs Personen immer, dass wir seit Jahren schon das so handhaben, dass wir nicht jedem irgendwas schenken, sondern dass jeder hat halt ein Budget von 40 Euro und kann sich dafür was wünschen. Und ich hatte auch einiges auf meinem Wunschzettel stehen. Da lasse ich dann auch immer dem Wichtel freie Hand, je nachdem, was für ein Mensch das ist, der mich dann bewichtelt, dass man da halt auch etwas findet, was man auch gerne verschenkt. Also das ist immer so meine Einstellung dazu. Das finde ich immer ziemlich cool, dass wenn jemand etwas schenkt, dass der, der das schenkt, halt auch irgendwie cool findet. Genauso wie der, der das dann auch cool findet. Versteht ihr das? Ja, finde ich immer ganz... So sortiere ich auch immer meine Wünsche für meine Familie und so, wenn ich Wünsche äußere. Und ganz oben auf meiner Wunschliste stand Jenga. Und das habe ich durch Unlikely und durch Alicia Marie halt dieses Jahr immer wieder gesehen an Videos. Natürlich, dass man das halt quasi mit Schminkvideos kombinieren kann. Ich finde sowas aber auch super als Geduldsspiel, weil man hat es einfach oft, dass man einfach so ein bisschen auf 180 ist. Also in Anführungsstrichen, dass man quasi so nervös ist und dann möchte man sich irgendwie chillen, irgendwie runterbringen, irgendwas machen, wo man ruhiger werden muss. Und da ist Jenga eigentlich super für, weil das sind halt, ja, man kennt es ja, dieser Turmbau zu Babel, so hatten wir das damals. Dass man halt mit einer ruhigen Hand das immer so stapelt und dann immer oben drauf und so. Fand ich total cool. Habe ich dann auch direkt mit meiner Schwägerin gespielt und wir hatten da richtig Spaß mit. Und das habe ich auch auf Instagram geteilt. Und wir waren sehr erfolgreich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt haben wir ein Jenga spielt und das freut mich mega. Was ich mir dann auch gewünscht hatte, war tatsächlich ein Pyjama. Und da habe ich dem Wichtel freie Hand gelassen. Also Motiv, schlag, tob dich aus. Ich habe halt nur meine Größe verraten. Und da habe ich diesen hier bekommen. Das ist halt oben so ganz klassisch, so ein schöner, also ich glaube, ich habe auch geschrieben, langärmliger Pyjama. Das ist einfach ein ganz chilliger, langärmliger, blauer Pyjama und ist auch richtig schön lang. Das mag ich ja gerne leiden. Also wenn das Oberteil halt auch schön lang ist, damit die Nieren auch schön warm sind. Und das Unterteil ist natürlich total geil. Und da habe ich mich hart gefreut, weil es Taschen hat. Und Taschen in Schlafanzügen ist für mich immer schon 100 Punkte, Leute. Wo ist denn jetzt hier vorne? Hier. Das sind Eisbären. Ich liebe es. Das hat mir mein Schwibbschwager in Späder nämlich gewichtelt. Und ja, total geil. Hier unten habe ich auch ein Bündchen dran. Aber das ist nicht so ein super schmales Bündchen. Das kann ich nämlich auch nicht immer leiden, wenn du halt unten das so eng hast. Weil ich habe sowohl meine Knöchel als auch meine Waden als auch meine Füße. Die ist alle nicht so zierlich und fein. Ich habe keine Aschenputtelfüße. Und dann stehe ich halt volle Elle drauf, wenn das halt ein bisschen bequemer ist. Und halt hier Taschen, Leute. Das ist einfach so. Oh, liebe ich. Und ich habe einen gebraucht. Ich habe einen. Ich freue mich an Keks. Und ich finde es klasse, die beiden Sachen von meinem Wichel bekommen zu haben. Yay. Ja. So. Dann kriegt Sammy jetzt nochmal einen Jam. Der sitzt hier so artig neben mir und wartet, dass er weiter was kriegt. Hier sind auch ein paar Sachen für ihn mit dabei. Denn natürlich, wenn ich beschenkt werde, denken viele Leute auch direkt an Sammy, was ich richtig süß finde. Es lagen auch echt immer mal wieder Pakete unterm Tannenbaum, wo Sammy's Namen drauf standen. Das finde ich halt immer so herzlich, ne? Weil Sammy ist für uns, für meinen Freund und mich ein absoluter Teil unserer Familie. Ja. Er hat jetzt von uns explizit nichts bekommen. Wüsste ich jetzt nicht. Aber er hat halt super viele X-Mas-Boxen und so bekommen. Zum Beispiel von TuffCookie. Oder wir haben ja auch die Fressbox ausgepackt. Äh, die Fellbox ausgepackt und so. Und da hat er so richtig, richtig viel gekriegt. Und natürlich, zum Beispiel von Marion, habe ich ja auch was bekommen. Da ist natürlich auch was für Sammy mit dabei. Das habe ich jetzt hier auch nochmal eingepackt. Ja, Marion und ich. Ähm, wir machen ja öfters mal so Trash-Pakete. Wir schicken uns aber auch gerne so Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Ostergeschenke. Und da hat sie mich natürlich wieder echt, oh, oh, herzlich, herzlich um den Finger gewickelt. Ich sag euch das. Ähm, das Ganze fing an mit einem Teil. Äh, das ist ein Weihnachtsbaum gewesen, der jetzt aber nicht mehr existent ist. Den hat Sammy dann immer mitgenommen, wenn wir unterwegs waren. Von Zooplus. Und, ähm, der hatte halt auch so einen Tau drin. Ein Quietschi und so Raschelkram. Und, ähm, da war der immer ganz gut mit beschäftigt. Wenn wir dann auch bei, äh, meinen Eltern waren. Also erst bei meinem Papa an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meiner Mama. Hat er sich ganz gut drüber gefreut. Dann hat er hier auch noch bekommen von Barco die Mini Bones mit Lachs. Ähm, die werde ich jetzt aber nicht aufmachen, weil ich müsste davon auch tatsächlich noch eine Packung haben. Das sind nämlich auch so weiche Snacks. Das ist ganz, ganz cool. Ähm, die kann man dann auch schon geben. Ich mach das ja ganz gerne abends. Kriegt Sammy natürlich noch sein Betthupferl, ne? Und, äh, jetzt kriegt er auch einen zwischendrin Hupferl nochmal. Und, ja, deswegen. Also vielen, vielen Dank, Marion. Ich finde es immer so cool, dass du dann auch an Sammy denkst. Ich denke ja auch immer an deine Imperatoren. Muss ja auch sein. Und, ähm, genau. Dann habe ich noch allerhand Masken von ihr bekommen. Da hat sie mir auch die, ähm, diese, äh, 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 Disney-Masken. Ähm, die ist jetzt gerade bei Action jetzt geholt. Fand ich auch richtig cool. Da habe ich Belle und Pocahontas jetzt von ihr bekommen. Und dann so eine koreanische, äh, mit Kollagen. Dann habe ich hier von Champs, die ist auch richtig gut. Hydrate, äh, Hydration und Glow, ne? Und die hier, Garnier Hyaluron-Short-Maske. Die mag ich auch gerne leiden. Ähm, genau. Da habe ich mich auch echt drüber gefreut. Ich habe das natürlich auch erst Heiligabend ausgepackt, auch wenn das schon etwas länger hier war. Dann habe ich von ihr auch noch ein bisschen Naschi bekommen. Also hier habe ich noch Popcorn, eine liebe Karte habe ich mit dabei bekommen. Ähm, dann von Harry Potter einige Sachen. Auch mega geil. Sie hat für meinen Freund auch was mit eingepackt. Und zwar ein Lego-Bau-Set. Also vielen, vielen Dank auch von meinem Freund. Der war mega überwältigt, weil sie das auch extra eingepackt hatte. Und dann stand ich halt am 24. vor ihm und sag, so, Schatz, ne, fröhliche Weihnachten. Der guckt mich an, so total entgeistert. Claudia, wir wollten uns doch eigentlich nichts schenken. So ernsthaft, ne? Ich so, nein, nein, das ist nicht von mir, das ist von Marion. Alles gut, chill dich, ne? Wir haben uns die Fernseher geschenkt. Das ist cool. Weil er war vollkommen durch den Wind. Aber hat sich mega gefreut, das sofort zusammengebaut. Und das war von Harry Potter. Dieses Set mit diesem Vielsaft-Trank, ne? Wo Hermine, Ron und Harry zusammen sind. Und dann quasi Herminia dieses Fellgesicht bekommt. Und das war ganz süß dargestellt. Und ja, hat er zusammengebaut, hat er sich gefreut. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann hat sie mir auch einiges an Harry Potter Süßigkeiten mit reingepackt. Hier, Bertie Bot's Beans zum Beispiel. Und dann auch einen Schokofrosch habe ich hier mit drin. Dann von Hello Buddy habe ich hier noch Sachen mit dabei. Das ist ein Peeling British Rose, mag ich gerne. Das hier muss ich auch mal ausprobieren. Das ist eine Maske. Da glaube ich aber, dass die ein bisschen hardcore unterwegs sein wird. Diese Himalayan Charcoal Maske. Und da muss ich auch so drüber lachen, weil ich die letztens selber erst verschenkt hatte, weil ich die so witzig fand. Das ist auch eine Haarmaske, Unicorn, da ist ein Einhorn auf dem Kopf. Kann ich mich mit meiner Freundin, der ich das geschenkt habe, zusammentun. Und selbstverständlich male und packt uns auch immer ein Engelchen mit rein. Und das hier ist jetzt so eine Engelchendose. Finde ich wirklich schön. Da kann ich meinen Schmuck drin aufbewahren. Oder man kann da auch so Medikamente drin aufbewahren. Oder Zucker zum Beispiel, ne? So ein Zuckerwürfelpöttchen. Das fand ich sehr, sehr süß. Das hat auch zu Weihnachten natürlich gut gepasst. Wobei das für mich persönlich immer ganzjährig passt. Für Sammy hat sie hier nochmal die Briantos Fit Bites reingepackt. Auch die mag der ganz gerne. Mit roter Beete muss man nur sich nicht... Also man darf nicht verwirrt sein, wenn dann vielleicht der Urin oder die Kaki sich ein bisschen rot verfärbt. Weil ist ja mit einem rote Beete Farbstoff. Also rote Beete ist ja quasi der... Also ein natürlicher Farbstoff, der ja auch für andere Sachen genommen wird, um Sachen einzufärben. Dementsprechend können dann auch die Ausscheidungen eingefärbt werden. Und ja, genau. Dann hat sie mir auch noch ein bisschen was von Colourpop mit reingepackt. Und da war ich richtig froh. Ja, Tinkerbell, ne? Das passt jetzt auch zu Weihnachten. Wer hätte gedacht, dass das eins der letzten Hauptvideos von Julien Belm dann auch tatsächlich Kita-Pan wird. Ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe. Da hat sie mir einmal den Blush reingepackt, den Super Shock Cheek mit Tinkerbell drauf. Das werde ich jetzt auch mit euch demnächst mal zusammen ausprobieren. Der ist sehr, sehr intensiv. Und dann diese Lidschattenpalette Sprinkle A Little Magic. Das ist die hier. Und ich finde, Tinkerbell ist so eine cute Person. Also ein tolles Farbewesen, die viel zu underrated ist. Die sollte mal viel öfter irgendwo auch mit auftauchen. Und genau, das ist so süß. Genau, ja, ja. Und das sind halt voll meine Töne, ne? Das kann man nicht anders sagen. Dieses Grün und, oh, schön, ne? Und die neutralen Töne in der ersten Reihe. Da kann ich schöne Looks mit schminken. Und Colourpop-Lidschatten sind natürlich hardcore gut. Und da ist immer noch Purish in Gesprächen und Verhandlungen, dass Colourpop auch zu denen kommt. Ich würde mich so hart freuen. Also, sobald ich irgendwas höre oder irgendwer von den anderen Purish-Affiliate-Menschen, ne? Ihr werdet es sicher ganz, ganz bald erfahren, weil wir uns sehr darüber freuen. Also das war jetzt das Geschenk von Marion. Mega cool. Das war auch richtig schön eingepackt. Da habe ich mich super drüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem... Das habe ich auch nicht mit gerechnet. Meine Stiefschwester, genau, habe ich nämlich getroffen an Heiligabend. Die war bei meinem Papa und seiner Frau. Ja, da hat sie mir eine Tüte von Laisiefer mit Leckischmecki reingepackt. Laisiefer ist... Ist das bei uns in der Nähe? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, ne? Da habe ich zuallererst hier ein Zweisamkeit-Sekko drin. Ja, so ein Bicolöchen, ne? Das ist rucki-zuck aufgetrunken. Ist auch ganz süß, weil wir trinken eigentlich gar nicht so wirklich Alkohol. Ja, frohes Fest. Die, also ich wundere mich, dass die noch voll sind, ne? Haselnusscreme, acht Pralinen. Mag ich gerne von Milka. Dann habe ich hier noch zwei Zuckerstangen drin. Auch das ist total cool. Ne, sowas kannst du auch nur zu Weihnachten essen. Ansonsten, oder man nuschelt die, nuckelt die, wenn man halt quasi gerade am Videoschneiden ist oder am Arbeiten oder so. Und die habe ich dann noch, oh, so geil, Spekulatius, handgefertigte Spekulatius. Und da hast du, ähm, so Mandeln außen drumrum. Ich gucke gerade mal. Ja, das kommt bei uns aus Sanier tatsächlich. Laisifa ist auch bei uns wirklich so eine bekannte Marke. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Gibt es natürlich auch in den Supermärkten. Ist halt eine sehr schöne Feinkostmarke. Genau. So. Stell ich mal zur Seite. Sammy möchte, glaube ich, noch nie. Oh man, ja. Das ist immer schwierig, über seine Weihnachtsgeschenke zu reden, weil man möchte ja auch nicht irgendwie, ne, böses Blut schüren oder so. Aber es sind halt einfach schöne Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich glaube, dass die, die mich beschenkt haben, sich zum einen darüber freuen können, als sie es mir halt live gegeben haben. Oder halt es jetzt im Video sehen können, wie ich mich drüber freue, ne. Ja. Wo wir schon mal bei meinem Papa sind. Ich habe mir von meinem Papa natürlich etwas Technisches gewünscht. Und zwar ein Tageslichtwecker. Ich bin mal gespannt, ob ich davon wirklich wach werde. Ich bin so eine richtige Pen-Tüte geworden, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und nicht mehr einen Job habe in dem Sinne, ne, sondern halt selbstständig bin. Schlafe ich halt sehr viel. Also mein Körper kommt mega zur Ruhe. Ich merke das einfach, wie ich auch einfach gechillter bin, ne. Also es geht mir deutlich besser. Und ja, das hier ist Wake Up Light Alarm Clock. Ich werde euch davon auch mal berichten. Tatsächlich, ne, kann ich auf Instagram ja auch mal zeigen. Und das sollte ich dann durch eine Sonnenaufgangssimulation oder eine, also durch eine Sonnenaufgangssimulation wecken. Gleichzeitig hast du ja auch noch Töne, so Vogelzwitschern und so dabei. Gleichzeitig kannst du auch damit einschlafen, wenn du diese Sonnenuntergangssimulation halt fährst. Und das fand ich ganz cool. Ein Radio hast du auch noch mit dabei. 1A, ne. Freue ich mich. Habe ich mir gewünscht. Und sowas ist halt sehr praktisch, ne. Das habe ich mir, glaube ich, Anfang diesen Jahres fing das schon an, dass ich diese Idee hatte von einem Tageslichtwecker. Kam dann in meine App, dass ich das dann halt mir abgespeichert hatte. Ja, auch Kooperationspartner haben an mich gedacht. Beziehungsweise ich habe super viele E-Mails bekommen. So liebe E-Mails. Also vielen, vielen Dank an meine ganzen Kooperationspartner, dass ihr so sehr an mich gedacht habt. Ich war so glücklich. Auch so persönliche Nachrichten, ne. Also von Dalton und allen möglichen. Das war richtig schön. Ich, ja, habe mir die E-Mails gerne durchgelesen, tatsächlich. Und von Jepoda habe ich ein komplettes Set bekommen. Also hier einen ganzen Karton. Und da kann ich ja euch mal zeigen, was drin ist. Da habe ich einmal hier so eine Karte drin gehabt. Also ein Flyer, ne, frohe Merry Christmas, frohe Weihnachten, Jepoda wünscht dir eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. Liebe Claudia, wie du weißt, schätzen wir die Zusammenarbeit mit dir sehr und lieben deinen Content und so weiter und so fort. Und hier sind natürlich auch noch ein paar Produkte aufgeführt und so ist ja klar. Und ich habe dann auch gedacht, ja, wunder, was ich dann bekomme, ne. Und dann habe ich halt das Set ausgepackt und ich fand das so schön. Hier haben wir das erste drin. Ich habe hier irgendwie ein Haarsami. Wo kommt das denn? Wo welcher? Ist das von dir? Hier, man weiß es nicht. Das ist ein Becher, das ist einfach, kann ich gut gebrauchen. Das ist so ein Coffee-to-go oder ein Tee-to-go-Becher, wo du hier auch etwas hast, was du anpacken kannst, dass es dann nicht heiß wird und so. Und das ist aus Glas, finde ich schön. Kannst du sowohl zu Hause verwenden als auch unterwegs und so. Das passt halt auch schön so in die, ne, ins Auto rein, in den Getränkehalter. Mega geil. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Und dann passend zu dem, dass ich mich so ein bisschen erkältet habe, jetzt so in der, ähm, ja, ganzen Weihnachts-Rumreise-Zeit, gab es hier noch was. Das hier wurde ja auch immer ganz süß, ne. Die haben schon so viele, so schöne Sachen, äh, uns geschenkt. So cool. Das ist eine Jusu-Zubereitung für Getränke und da kannst du dir einen Tee mitmachen und, ja, das ist dann auch so mit Vitamin C und hast du nicht gesehen, ne, soll alles total gesund sein. Und das finde ich echt schön. Ja, richtig cool. 50% Jusu. Ja, wird dann auf jeden Fall, das ist eine Citrusfrucht aus, äh, Asien. Das wird dann zum Beispiel in dieser, ähm, Warnhalte-Geschichte drin sein. Und natürlich, passend zu dem Vitamin C-Thema, habe ich hier dann auch nochmal die C-Tox-Maske. Das ist eine schöne Gesichtsmaske, die, ähm, das Gesicht klärt und beruhigt und aufhält und detoxifiert und so brighten, brightening, mattifying, detoxifying, genau. Kannst du dir so abends halt drauf machen, bevor du schlafen gehst, dann abwaschen und fertig ist die Laube. Und so schaut die aus. Mag ich richtig gerne. Habe ich auch, glaube ich, schon ein- oder zweimal leer gemacht. Cooles, cooles Produkt. Ja, also vielen, vielen Dank, liebes Jephoda-Team. Das, äh, fand ich total überraschend. Kam auch passend zu Heiligabend bei mir zu Hause an. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Dann kommen wir zu einem Geschenk, was ich, äh, von der lieben Melli bekommen habe. Wer das so ein bisschen auf Instagram verfolgt hat, die liebe Melli hat mir einen, äh, Adventskalender gebastelt, was ich schon total überwältigend fand. Da habe ich hier auch Produkte aus der Nummer 24 mit reingepackt. Und zu Heiligabend kam dann auch noch ein Paket von ihr an. Ich habe das jetzt hier auch schon mal ein bisschen schön drapiert, ne. Und, äh, Wahnsinn. Also da war ich echt geflasht. Richtig geflasht. Einmal habe ich hier Ferrero Rocher. Oh, die sind so geil. Also, die werden auch nicht lange leben. Ich habe die extra sofort gesaved hier, ähm, in meinen muss ich abdrehen Raum. Und, äh, die werden aber auch rohkizuckel leer sein, weil ich liebe die. Mein Freund auch schon. Ja, aber nicht so sehr wie ich tatsächlich. Dann hat sie mir hier einen Tee-Adventskalender von DM Bio reingepackt. Da habe ich auch schon den einen oder anderen von probiert, weil, äh, in Adventskalendern von den Zuckerpuppen von meiner Freundin war auch ein bisschen was mit da drin. Und, äh, sehr, sehr leckere Mischungen, die man jetzt so im Dezember, im Januar so gerne trinkt. Ne, so ein bisschen würziger und richtig cool. Dann, ähm, hatte ich auch noch... So eine Nörgelise hier neben mir, ne? Ähm, von Dalton, die Oyster Skin Balance Maske. Oh, das ist so geil, dass die mir einfach so ein Produkt hier reinpackt. Das ist eine Full Size, ne? Ich habe ja eine Kooperation mit Dalton. Also, Melli, das hätte echt nicht sein müssen, aber danke. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte von Dalton. Das ist eine schöne reinigende Maske, die einfach Spaß macht. Und, äh, dem Gesicht viel, viel Liebe gibt. Richtig, richtig hardcore, Leute. Ähm, ja. Dann habe ich von ihr auch eine extrem schöne, liebevolle Karte bekommen. Also, danke für die lieben Worte, liebe Melli. Wahnsinn. Die hat mir ja auch noch einen Rituals-Gutschein reingepackt. Die war 20 Euro. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte ihr dann direkt auch eine Sprachnachricht geschickt und, äh, mich bedankt und so, ne? Weil, also, Wahnsinn. Ich habe da nicht mit gerechnet. Ein bisschen, hup, Glück hat sie mir auch noch geschickt. So geil. Ähm, eine Tüte voller Glück steht hier auch drauf. Und da ist ein Marienkäfer drin. Äh, Cookies and Cream von Lindhello. Dann auch noch Klee, äh, vierblättrige, vierblättrige Kleeblätter. Also, ne? Ein Tee ist da auch noch mit bei. Extrem geil. Ganz viele Naschsachen habe ich hier drin. Also, das ist so eine Wunderbox gewesen. Ami-Jelly liebe ich. Es ist manchmal so, man denkt, die Person würde einen seit 100 Jahren schon gefühlt kennen. Ähm, dann hat sie selbst gebastelt und ich habe das dann zu Hause zusammengesetzt. Einmal so ein kleines Häuschen. Da könnte man theoretisch so ein Teelicht reinmachen. Ähm, so ein elektrisches Teelicht, ne? Kannst halt den, den, das Dach hier abnehmen. Und, äh, dann leuchtet das so schön. Und hier ist halt auch noch mal ein Schneemann, wo man auch vorne noch ein Teelicht draufstellen kann. Da kann das ja auch nach außen hinweg. Also, von daher ist das nicht so gefährlich, sage ich mal. Ich bin ja auch ein Trottel manchmal, so ein kleiner Padjackel. Dann hat sie mir hier noch eine Mascara reingepackt von Anastasia Beverly Hills, die Lash Brack in der Full Size. Bin ich hinten übergefallen. Wahnsinnig gutes Produkt. Und dann habe ich hier auch noch ein paar Nips, 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 Nips Mix von Milka drin gehabt. Dann, äh, ein Körbchen, was ich richtig schön finde. Ähm, Merry Christmas, ne? Das ist fürs Badezimmer richtig schön. Oder generell so für Deko. Ähm, dann habe ich hier auch noch, uh, da ist es aufgegangen. Ähm, gebrannte Mandeln, ne? Mega. Ich weiß nicht, ob der die sogar selber gemacht hat. Da muss ich jetzt hier wieder reinstecken. Die werden auch nicht lange bei mir überleben. Da, äh, gebe ich dir mein Wort drauf. Das sieht auch so lecker aus. Halt mit, ich glaube, Schokolade hat sie das gemacht. Ähm, mir läuft das Wasser immer zusammen. Ich sag euch das, ne? Und Brezel und sowas. Enorm geil. Das hat selbstgebackene Plätzchen-Spritzgebäck, ne? Eine Zuckerstange habe ich ja auch noch mit dabei. Oh, und so eine Naschkatze. Dann die hier auch richtig cool. Schogetten. Mega geil. Mit irgendwie so Keksen drin. Das wird mein Freund auch hart feiern. Mit diesen Lotus-Keksen. Und Schoko-Winter-Schokolade. Äh, nee, Winterschokolade von DM Bio. Mandelzauber. Richtig geil. Also, das war, ich war baff. Als ich das ausgepackt habe, ich so, was zur Hölle ist hier los, ne? Krass. Vielen, vielen Dank. Zu guter Letzt komme ich mal zu dem Geschenk, was meine Mama und ihr Mann, meinem Freund und mir geschenkt haben. Das war für Sammy tatsächlich. Wie geil ist bitte schon diese Fußmatte. Oder? Der Hundfurt hier mit seinem Personal. Ja, vielen Dank. Da sind tatsächlich auch schon die ein oder anderen Haare. Von Sammy drauf, weil er sich schon direkt, als es hier nur gelegen hat, gedacht hat, oh geil, meine neue Matte. Weil bei uns an der Terrassentür haben wir auch eine Fußmatte immer liegen, wo er sich immer drauflegt. Aber die ist mittlerweile nicht mehr ganz so schön. Die haben wir auch schon eine ganze Weile bei uns, ne? Und da habe ich letztens, als Mama hier war, nämlich zu ihr gesagt, so, ja, hm, ne, eigentlich bräuchten wir mal eine neue. Muss ich demnächst mal zur Action oder so? Ja, wusste ich aber nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt schon eine neue gekauft hatte. Die ist echt verrückt. Okay, ja, dann hat sie mir noch ein Sprüche-Kalender. Es ist eigentlich nicht wirklich, es ist ein Sprüche-Aufsteller. Jetzt ist die beste Zeit, um glücklich zu sein. Und hier sind einfach nur so Sprüche drauf, ne? Ja, und dann kann man das einfach hinstellen und dann immer so weiterblättern, wenn man möchte. Schau nach vorne und schon kann dir ein Wunder blühen. Das ist einfach schön, ne? Das sind so Glücklichkeitssprüche. Und dann halt von beiden Seiten immer was. Und ich finde das so schön. Plane dein nächstes Wunder. Ja, passte sehr, sehr gut und hat mein Herz erwärmt. Und ich mag sowas sehr, sehr gerne. Und meine Mama tatsächlich auch. Und ja, das wissen wir halt voneinander, dass wir beide das sehr gerne mögen. Ja, sie hat am 10.1. Geburtstag. Da bekommt sie dann meistens solche Produkte von uns. Kalender halt, ne? Ja, dann hat sie mir hier auch noch ein Live-Your-Dreams-Kartenständer geschenkt. Und ja, da steht das hier auf dem Herzen drauf. Da musste ich echt schon mit ein Tränchen verkneifen, als ich das halt gesehen habe. Weil es ist für mich genau das Jahr gerade gewesen. Oder es ist immer noch das Jahr des Wandels, ne? Die Selbstständigkeit und so weiter. Und deswegen fand ich das sehr, sehr schön und sehr passend. Und ich habe sie dann halt auch so ein paar Karten. Meine Mama ist eine absolute Kartenschreiberin. Da hat selbst Sammy eine Karte bekommen. Das ist so traumhaft. Und meine Mama hat die allerschönste Schrift der Welt. Weil Grundschullehrerin und so. Ich zeige euch das einfach mal. Dann wisst ihr, was ich meine. Es ist perfekt, ne? Es ist so dieses Klassische, wie damals auch die Lehrer so an die Tafel geschrieben haben. Total akkurat. Ich finde es immer wieder begeisternd. Das ist eine Karte, die an meinen Freund und mich gerichtet ist. Genau. Genau. Ne? Da stehen auch sehr schöne und liebe Worte drin. Und das hier ist ein Gutschein. Den kriege ich immer von ihr passend zu Weihnachten. Das ist einfach ein Gutschein für eine Muttertochter. Shopping-Tag. Also für einen Tag, den wir halt zusammen verbringen. Und ja, genau. Dann fahren wir mal irgendwo hin und bummeln so durch die Gegend und gucken, was so passiert. Und das ist echt so eine Tradition. Das machen wir seit Jahren. Und es macht immer wieder Freude. Und das ist einfach eine schöne Zeit, die man zusammen verbringt. Dafür brauchen wir eigentlich keinen Gutschein. Aber einfach, um sich dann auf feste Ziele zuzustecken. Ja, und jetzt kommen wir zu guter Letzt. Zu etwas, was ich mir dann auch tatsächlich von meiner Mama und ihrem Freund auch gewünscht habe. Beziehungsweise mein Freund und ich haben uns das gewünscht. Und bei sowas muss man auch immer aufpassen, wenn man Bettwäsche verschenkt, dass man halt wirklich auch nach der Größe fragt. Ich glaube, das hatte ich auch in meinem Geschenke-Video euch erzählt. Dass man fragt, welches Motiv gefällt einem. Welche, was soll das sein und so. Welche Größe und so. Und ja, wir haben halt große, 1,55 x 2,20. Und, da kann ich euch das mal zeigen. Und da, das war halt relativ easy peasy, ne. Das haben meine Freunde und ich. Hier ist ein größeres Bild. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann. Weiß ich nicht. Ja, haben wir uns ausgesucht. Und haben uns dann gewünscht. Und deswegen haben sowohl mein Freund einen Satz bekommen, als auch ich. Ne. Und die werden jetzt gleich direkt in die Wäsche kommen. Das ist auch eine fein Biberbettwäsche. Also die ist nicht so super flauschig. Wir haben auch eine super flauschige. Und das ist halt das Problem bei uns immer gewesen. Wir haben nur eine Winterbettwäsche. Und ansonsten nur noch zwei Garnituren Sommerbettwäsche. Wir wollen, also wir haben immer gesagt, wir möchten nur zwei Garnituren haben. Also zwei Garnituren Sommerbettwäsche, dass man halt immer so durchwechseln kann. Und zwei Garnituren Winterbettwäsche. Und keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber wir haben aus Versehen nur noch eine letztendlich gehabt. Eine Winterbettwäsche. Wahrscheinlich wollten wir uns die irgendwann mal wünschen und haben das vorher vercheckt. Und jetzt haben wir uns die ja zu Weihnachten gewünscht. Und sind da sehr, sehr glücklich mit. Die müssen jetzt halt nur, wie gesagt, einmal durch die Wäsche. Und dann wird sie morgen draufgezogen oder übermorgen mal gucken. Je nachdem, wie schnell unsere Waschmaschine oder Trockner so arbeiten können. Und ja, wir mögen halt so ein Design. Und meine Mom musste auch ziemlich lachen, sagte sie mir dann, als ich mir das Geschenk überreicht hatte. Oder als wir es ausgepackt haben. Denn die haben so ziemlich genau die gleiche. Das wusste ich auch nicht. Da sind wir uns doch ähnlicher, als man denkt, ne? Ja, Mensch, also. So, das waren jetzt tatsächlich so meine Weihnachtsgeschenke. Und ihr merkt es, ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Und ich bin vor allem extrem dankbar überhaupt, dass Wünsche erfüllt werden, ist nicht selbstverständlich. Das muss man wirklich an dieser Stelle einmal sagen. Denn jeder Mensch hat natürlich seine Wünsche. Aber es ist nicht immer möglich, diese Wünsche zu erfüllen. Denn materielle Wünsche lassen sich deutlich leichter erfüllen, als es so Herzenswünsche sind. Und deswegen bin ich persönlich super, super happy, dass mein größter Weihnachtswunsch, nämlich dass meine Großeltern dann ja quasi wieder, ja, das Weihnachten nicht im Krankenhaus verbringen müssen, erfüllt worden. Und ja, sowas erfüllt mich halt extrem mit Dankbarkeit, muss ich an dieser Stelle einfach mal noch mit auf den Weg geben. Denn, ja, es ist ein Jahr gewesen. Oder ja, eigentlich, wenn ihr das Video seht, ist es ein Jahr gewesen, wo es nicht immer nur rosa zuging. Wo es nicht immer alles super easy peasy war. Für alle von uns, ne? Und deswegen ist man dann umso dankbarer, wenn dann halt zu solchen Momenten, wie zu Weihnachten oder wie auch immer, zum Geburtstag, zu Silvester oder so, Herzenswünsche erfüllt werden. Und natürlich bin ich auch super dankbar für die Menschen in meinem Umfeld, die mich halt mit kleinen und großen Dingen einfach super glücklich machen. Mit Produkten, ja, natürlich, aber auch mit Liebe. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Kenne ich leider aus eigener Erfahrung. Und deswegen, ne, danke an alle tatsächlich, die an mich gedacht haben. Oder die überhaupt an wen auch immer dieses Jahr zu Weihnachten Liebe geschenkt haben. Denn das ist das Wichtigste, was man machen sollte an Weihnachten, finde ich persönlich. Und ja, genau. Und eigentlich nicht nur zu Weihnachten, sondern über das ganze Jahr. Aber an Weihnachten, wenn ihr mich nochmal dran erinnert, ihr wisst, was ich meine, ne? Genau. Ihr Lieben, so, das war es jetzt hier von mir mit meinem Weihnachtsgeschenke-Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Gedankengänge mitgeben, Anregungen mitgeben. Ideen mitgeben, irgendwas mitgeben. Hoffentlich hat euch das Video was gebracht. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... ...Halls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.